Die Gesellschaft wandelt sich rasant. Individualisierung und Entsolidarisierung prägen sie im Augenblick. Auch das Verhältnis zwischen Bürger und Politiker. Ist das schon eine Krise der Demokratie? Franz Müntefering ist bei mir, ehemaliger SPD-Chef. Haben die Bürger eigentlich das Vertrauen noch, dass die Politik Probleme lösen kann von heute und auch für morgen? Ich hoffe, dass sie es nicht verlieren, aber das ist Bringe und Hohlschuld. Sie müssen uns fordern und wir müssen ihnen geben. In den Wald stecken wir in einer Bewährungsruhe mit der Demokratie. Und es ist wichtig, darüber nachzudenken, was können die Fraktionen, was kann der Deutsche Bundestag, aber auch, was können die Parteien dazu beitragen, damit wir die Demokratie auch für morgen zeitgemäß weiterentwickeln. Sind diese beiden Faktoren, diese Individualität, diese Individualisierung, muss man ja schon sagen, es geht nur noch um den Einzelnen und um das weniger Mitdenken für andere, sind das die entscheidenden Punkte, die unsere Gesellschaft so ein bisschen erodieren lassen? Ich glaube gar nicht, dass das so ist, dass die Menschen allzu egoistisch und eigensüchtig sind, aber die großen Veränderungen, die wir haben, sind eben die Geschwindigkeiten in der Informations- und Kommunikationstechnologie, die Erkenntnis, dass die Welt global zu sehen ist, dass viele internationale Dinge stattfinden, die man früher so nicht gekannt hat, dass man die Komplexität all der Dinge gar nicht überschauen kann und dass man deshalb keine sicheren Urteile mehr hat über das, was sich eigentlich da abspielt. Und es ist oft eine Unsicherheit, die durch Unwissen entsteht und durch Sorge, was da kommen macht und ob die Politik das alles im Griff hat. Und die Politik muss versuchen, nicht zu sagen, wir können alles, wir wissen alles, aber wir können Einfluss nehmen auf die Dinge. Wir sind nicht ohnmächtig, wir sind auch nicht allmächtig, aber wir können Dinge bewegen, wir können dafür sorgen, dass es gut geht, dass es besser geht und da muss die Politik einen Zahn drauflegen. Ja, das ist ja schon fast ein Postulat, was Sie äußern und sozusagen auch ein bisschen der Weckruf an die Etablierten. Jetzt haben wir aber andere, die nicht Etablierten, die jetzt im Bundestag etwa sind, Populisten auch weltweit, die große Erfolge verzeichnen. Fällt der Bürger dann plötzlich darauf rein, dass die sagen können, wie sie die Probleme lösen? Also richtig ist, diese Herausforderung der Demokratie ist nicht nur bei uns so, sondern die ist in Europa weit und weltweit zu sehen. Und das, was da gestattet findet, ist natürlich keine erfreuliche Tatsache, dass die AfD im Deutschen Bundestag ist, aber das ist für die auch die Stunde der Wahrheit. Und für viele, die gestartet sind, war dann der Bundestag doch die Stunde, wo dann ihre Bonsai-Qualität deutlich geworden ist und das wird man sehen im Verlauf der nächsten Jahre. Wollen wir nicht über die AfD mal wieder sprechen, sondern über die Gesellschaft sprechen und die Auswirkungen auf die Politik? Sie sind so viele Jahre Politiker gewesen, sie haben so engen Kontakt auch immer zu den Bürgern gehalten und das wollten sie ja auch, weil das ja die Rückkopplung ihrer Politik ist. Wie eng ist denn der heute eigentlich noch? Ganz grob gesprochen, wir sind auf dem Weg von einer Organisationsgesellschaft zu einer Netzwerkgesellschaft zu werden. Die Rolle, die die Parteien hatten aus der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts her, sie waren die, die die wichtigen politischen Informationen hatten, sie waren die, die an den Themen arbeiteten. Das ist heute über die Gesellschaft breiter verstreut. Es gibt viel Individualwissen, aber wenig Wissen, das auch gebündelt ist und das auch konzeptionell ist, das auch die Zusammenhänge wirklich erkennbar macht. Und so entsteht da bei sehr vielen Informationen, die die Menschen bekommen, doch so eine Art Unwissenheit über Zusammenhänge und auch Sorge, Unsicherheit, ob man das Ganze denn überhaupt beherrschen kann. Und daraus entsteht ein Rückfall auf sich selbst. Lass uns das so machen, wie das gestern war. Unser Land und wir, wir sorgen für uns und die anderen müssen halt gucken, wie sie klarkommen. Das ist so ein Bild, was immer deutlich ist in vielen Gesprächen, die man erlebt. Und es gibt nur eine Antwort darauf, die Menschen müssen Bescheid wissen, was passiert da. Und sie müssen sehen, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt. Und das ist eine große Aufgabe der politischen Parteien und der Parlament der Demokratie. Warum machen denn offenbar die politischen Parteien so wenig Mut, diese Zukunftsfragen und auch die Fragen im Augenblick, die ja so komplex geworden sind, wie sie das sagen, zu lösen? Wir haben so zwei Schlagbegriffe, das ist Digitalisierung, Globalisierung. Das sind Schlagbegriffe, weil man damit eigentlich die Diskussion schon totschlagen kann. Aber im Grunde ist das ja genau die Diskussion. Die Diskussion darüber, was macht der Einzelne diesen beiden Phänomenen gegenüber? Der eine hat bei der Digitalisierung Angst, dass er seinen Arbeitsplatz verliert. Die anderen sagen, ich kapiere das gar nicht mehr, was da in der Welt passiert. Und die Politiker sagen, ja, wir wissen es auch nicht genau. Man darf auch nicht so tun, als ob man alles wüsste, wie das in 100 Jahren oder auch nur in 20 Jahren sein wird. Aber das, was wir wissen, muss offen angesprochen werden, muss diskutiert werden. Demokratie kann nur funktionieren, wenn sie die Aufklärung als ihre Verbündete erkennt. Die Menschen müssen eine Vorstellung davon haben, wo die Probleme sind und was Politik versucht, um den Aufgaben gerecht zu werden. Und wir machen in den Demokratien so, wie es sie gibt, nicht nur in Deutschland. Wir machen zu viel Politik, bei der wir versuchen, die Bürger ruhig zu halten und sie nicht aufzuregen. Das ist vielleicht auch ganz gut gemeint, aber das funktioniert nicht. Die Menschen müssen Bescheid wissen, dass es die Voraussetzung dafür, dass Demokratie gelingen kann und daran müssen wir arbeiten. Und deshalb muss eine stärkere politische Debatte im Parlament und in den politischen Parteien auch wieder stattfinden. Aber wenn die Menschen eigentlich wissen wollen, wie man die Probleme lösen könnte, wenn man darüber debattieren muss, dann muss man diese Probleme ja auch in der Gesamtheit verstehen können. Viele sagen ja, da habe ich ja gar keinen Einfluss mehr, Globalisierung. Da hat zum Beispiel der Einzelhändler in einer Stadt, der von einem großen amerikanischen Konzern quasi niedergedrückt wird, weil die die günstigeren Preise haben online, der hat ja gar keine Chance mehr, gegen diesen Konzern anzugehen. Da ist ja so ein Gefühl der Kapitulation bei vielen. Und nicht nur bei den einfachen Menschen, sondern auch bei denen, die sagen, wir sind zwar gut ausgebildet, aber ich weiß trotzdem nicht mehr, was ich da machen soll. Es gibt aber auch viele Vorteile und viele Gewinner dabei in unserer Gesellschaft. Insgesamt ist unser Land ganz sicher ein Gewinner der Internationalisierung und der Globalisierung. Unser Wohlstand, der beruht nicht allein auf dem, was wir in unserem Land tun und umsetzen, sondern der beruht zur Hälfte oder wie viel auch immer auf dem, was Europa bedeutet und die Welt insgesamt. Das heißt, diese Verknüpfung ist eine Schwierigkeit. Aber auch da muss man ehrlich sein, oberhalb der Nationalgrenzen gibt es nur sehr begrenzt politische Möglichkeiten des Handels. Die UNO, all die Institutionen, die es da gibt, die gibt es, aber sie haben nicht die Macht wie einen Nationalstaat. International ist das Geld unterwegs und ist die Wirtschaft unterwegs. Und die Länder, die Staaten müssen miteinander versuchen, daraus ein gemeinsames, vernünftiges Konzept zu machen. Und aus den Ländern, die arm sind, auch Länder zu machen, mit denen wir handeln können. Und da sind auch viele Chancen drin. Dass da auch Risiken drin sind, ganz klar, aber trotzdem, es gibt kein Zurück mehr. Wir kommen nicht zurück in eine Zeit, in der jedes Land auf sich selbst reduziert ist und sozusagen sich um sich selbst kümmert. Die anderen sollen sich um sich kümmern. Sondern wir müssen sehen, wir haben eine Mitverantwortung, ganz besonders in Europa, damit wir da eine große Region mit vielen Menschen, die überwiegend gut ausgebildet sind, damit wir da eine Zukunftsfähigkeit organisieren. Sagen aber viele, das, was Sie jetzt beschreiben, diese Globalisierung hat vor allen Dingen damit zu tun, dass zwar sicherlich Vorteile dadurch entstehen, auch für den Einzelnen entstehen. Dass es aber immer schwerer wird, in diese Bereiche, in diese Netzwerke, in das, was da passiert, einzugreifen. Nehmen wir mal weltweite Wirtschaft. Da kann ein Chef einer großen deutschen Firma eigentlich gar nicht mehr etwas entscheiden, ohne auf den Weltmarkt zu gucken. Was passiert? Man biedert sich quasi im Zweifel auch an bei Menschen, die eine große Nation führen, wie die USA. Ist der Druck auf die Wirtschaft, ist der Druck auf die Einzelnen so groß, dass man moralische Maßstäbe dabei verliert? Das ist nicht ganz neu, was Sie jetzt beschreiben. Das hat es auch in alten Zeiten schon gegeben, als noch Kolonialmächte unterwegs waren. Das haben wir Gott sei Dank hinter uns. Dass es da immer auch mal Situationen gibt, die dann peinlich sind, das will ich nicht bestreiten. Aber ich glaube, dass da auch viele, die sehr selbstbewusst diese Aufgabe annehmen, dass die ja auch der Sache gerecht werden können und für sich und für unser Land und für Europa auch viel dabei herausholen können. Es ist immer ein Kampf um die Frage der Stärke und letztlich auch geht es dabei oft um Geld und um politische Macht. Gehen wir mal auf die Situation in Deutschland zurück. Wir haben eine Erosion, ein fast schon Verschwinden, zumindest von der Bedeutung her, der großen Volksparteien. Wie kommt es dazu? Das ist ja nicht nur jetzt eine Folge einer Partei wie der AfD, die jetzt eingezogen ist, sondern das ist ja eine Separierung, eine Differenzierung, die ja gar nicht unbedingt mit Zielen einzelner Parteien zu tun hat. Denn wir wissen ja manchmal gar nicht mehr ganz genau, was die wollen. Im Grundgesetz steht ja, dass die Parteien, die politischen Parteien mitwirken bei der Meinungsbildung, bei der Willensbildung des Volkes. Steht da, Willensbildung des Volkes. Das versuchen Parteien auch und wir wissen natürlich, wenn es mehr Parteien gibt, wenn mehr Parteien im Parlament ankommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vorher, vor der Wahl, die Interessen und die Wünsche der Menschen bündelt und daraus gute Kompromisse macht, geringer. Und die Situation haben wir. Dass es nicht mehr einige wenige Parteien gibt, auf die sich das alles konzentriert, sondern dass da eine Vielfalt da ist, in den 60er Jahren hat es dafür schon mal eine große Sensibilität gegeben. Die Koalition 66, 69 hatte die Idee einer Wahlrechtsreform, ähnlich so wie in Großbritannien oder USA. Das ist da nicht dazu gekommen, das ist auch gut so. Jedenfalls hat man da schon gewusst, das geht ein Weg, der führt dazu, dass die Großen nicht immer die Großen bleiben müssen, sondern dass sie auch teilen müssen. Und was wir jetzt haben, ist, dass wir fünf, sechs Fraktionen im Deutschen Bundestag haben und dass damit auch die Bildung von Regierung und Zusammenarbeit ein bisschen komplizierter wird. Das muss für die Demokratie nicht schlecht sein, aber die Parteien müssen halt wissen, die Volksparteien, wir bleiben nur Volkspartei, wenn wir uns verantwortlich fühlen fürs Ganze. Das macht die Volkspartei aus. Das ist nicht nur CDU, CSU und SPD, sondern ich würde die Bündnis 90 Grünen und FDP doch dazuzählen. Und ich hoffe, die Linke schafft das auch irgendwann noch, Volkspartei zu sein, nämlich den Blick zu haben fürs Ganze und auch die Verantwortung. Nicht zu sagen, wir sind für eine Klasse oder für eine Gruppe, sondern wir sind für alle da. Wir wollen soziale Gerechtigkeit, aber auch auf gutem Niveau. Und dazu brauchen wir auch ökologische und ökonomische Bedingungen. Was passiert denn da eigentlich bei der SPD? Die rutscht unter 20 Prozent und im Zweifelsfall in einzelnen Ländern noch darunter. Sie sind 1966 in die SPD eingetreten. Das ist eine Erosion innerhalb dieser Partei, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Wie ist es dazu gekommen? Bei der CDU, CSU ist das von 50,2, das war 1957 auf 33 gegangen. Bei uns von 45,8 in der Zeit von Willy Brandt 1972 auf jetzt 20,5. Alles andere, die Zahlen, die Sie jetzt sagen, das ist alles jetzt gemessen am heutigen Tage. Da müssen wir mal gucken, was bis zur nächsten Wahl wird. Ja, was ist gekommen? Das, was ich eben beschrieben habe, dass die Vielfalt der Informationen und Kommunikation dazu geführt hat, dass es eine Partei, neue Parteien gegeben hat und dass die Menschen sich nicht bündeln ließen in ihrer Meinung, sondern dass sie das Thema der Ökologie zum Beispiel es für so wichtig hielten, dass sie daraus eine eigene Partei gemacht haben, die dann aber inzwischen auch mit uns regieren gelernt hat, in der Zeit von Gerd Schröder und die sich auch eine Volkspartei geworden ist. Ich sage nur mal, das ist an sich nicht schlecht, aber es führt dazu, dass man nicht mehr in so großen Blöcken arbeiten kann und denken kann, links, rechts, so einfach, wie das vor 50 Jahren vielleicht der Fall gewesen ist. Die Zeit ist vorbei. Aber wenn Sie auf so eine Zahl gucken von, weiß ich nicht, sagen wir mal 19 oder 18 Prozent und auf Ihre eigene Vergangenheit gucken, nicht nur als SPD-Chef, sondern auch als jemand, der so früh in die SPD eingetreten ist, verdrückt man da ein Tränchen oder sagt man doch, das ist halt so, muss man akzeptieren, dass sich das so ändert? Naja, man will natürlich so stark wie möglich sein und das wäre auch gut fürs Land, wenn wir das wären, glaube ich. Das sagt die CDU übrigens auch. Gut, ist klar, ist klar. Aber das gehört ja auch dazu, dass man überzeugt ist, dass man es besser kann als die anderen. Man ist ja Opposition, so ist die Sozialdemokratie ja groß geworden als Opposition, weil wir meinen, dass wir es besser können als die, die dran sind. Erst war die Opposition. Nur weil Opposition da war, konnte Demokratie entstehen. Das ist der Punkt, wo die beiden zusammengehören und das, was wir dann erlebt haben, war ein Wechsel. Mal haben die regiert und mal haben die regiert. Und es gibt, das ist der Vorteil, den wir haben bei den Parteien des Grundgesetzes, ein Grundvertrauen zueinander. Dass der, der gewinnt, auch wenn man es ihm neidet, die Demokratie nicht kaputt macht. Aber da wird immer wieder gesagt, genau diese Oppositionsrolle ist sehr gut, um sich und seine quasi Charakteristik als Partei noch einmal klarzumachen, um sich auch zu profilieren. Und jetzt geht eine SPD in diese Koalition rein, mit großen Schmerzen und möglicherweise ja auch mit einer sehr knappen Entscheidung, pro oder kontra. Ist das nicht doch ein problematisches Zeichen, dass die beiden jetzt zusammenkommen und die SPD sagt, okay, dann gehen wir noch mal als Juniorpartner dazu? Nein, es geht darum, was man entscheiden kann und was man für die Menschen tun kann. Das muss man sehen. Deshalb wird er verhandelt. Und wenn die Ergebnisse der Verhandlung so sind, dass sie da in der Mehrheit sagen, kann man machen, dann bin ich dafür, dass wir es tun. Und dafür würde ich auch persönlich kämpfen, weil das, glaube ich, schon vernünftig ist. Ich glaube nicht, dass die Frage der Koalitionsart entscheidend ist über die Entwicklung für die Parteien bei den Stimmergebnissen. Und dann gibt es doch ganz andere Beispiele. In der Großen Koalition, 1966, 1969, kam dann anschließend Willy Brandt als Bundeskanzler daraus. Also da, und wenn es 2005... Da haben Sie aber große Hoffnungen. Nein, aber wenn es... Ich sage nicht, dass es so kommt, nur weil die Behauptung immer so ist, dass es immer negativ ist. Das ist nicht immer negativ, sondern es gibt auch viele andere Beispiele. Und noch eins, ganz wichtig, und da muss man sich auch selbst ganz ernst nehmen. Man wird nicht gewählt, um den nächsten Wahlkampf vorzubereiten, sondern man wird gewählt dafür, die nächsten vier Jahre das Bestmögliche für das Land zu tun. Das macht nun ein bisschen sehr anschlussvoll klingen, aber wenn man das aufgibt, wenn man von Anfang an nach einer Wahl daran denkt, wie kann ich die nächste Wahl gewinnen, dann bin ich nicht geeignet dafür, ein Land zu lenken und zu regieren. Man muss, auch wenn man noch nicht weiß, wie das in drei oder vier Jahren sein wird, wollen, dass man die Zeit nutzt, um für das Land das Bestmögliche daraus zu machen. Und das ist der erste Anspruch, den man hat. Und nicht, wir warten mal auf bessere Zeiten und gucken, dass wir die nächste Wahl gut bestehen. Aber Herr Müntefering, dann müsste ja auch der Wähler sagen, das ist deswegen meine Partei, weil die genau für diese Grundsätze eintritt und die umsetzt, die ich für wichtig halte und die ich vielleicht auch für persönlich umsetzbar halte, beziehungsweise die meine Weltanschauung ausmachen. Da ist aber bei der SPD doch ganz offenbar, und sie stammen ja aus einem Haushalt, ihr Vater war Fabrikarbeiter, diese Bindung doch verloren gegangen. Also lange hat ja die SPD immer wieder auf dem Ruhrgebiet oder im Ruhrgebiet ihren Kern auch immer wieder gefunden. Aber auch das hat sich aufgelöst. Da muss ich meinen Vater ein bisschen in Schutz nehmen. Das war sicher ein Zentrumswähler, bis das ich nachher mal kandidiert und er mich dann hoffentlich auch gewählt hat. Aber so haben sich die Dinge verändert. Aber auch im Ruhrgebiet und in der Gesellschaft insgesamt, der klassische Industriearbeiter, die großen Industrieregionen, die verändern sich auch tiefgreifend. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Intensität der gewerkschaftlichen Arbeit und der Parteiarbeit insgesamt. Und trotzdem hat die SPD 1959 auf ihrem Parteiteich in Godesberg eine wichtige Grundsatzentscheidung getroffen. Und dazu stehe ich, bin ich auch ganz stolz darauf, wir sind keine Klassepartei mehr, sondern wir sind eine Volkspartei. Das war 1959, wo wir ganz klar gesagt haben, wir sind für alles zuständig. Wir wollen für das ganze Land insgesamt regieren können und dafür setzen wir uns ein. Und wir machen nicht nur einen Ausschnitt der Politik insgesamt. Wir sind eine ganze Volkspartei. Und dass die Dinge sich verändern dabei, alles richtig und schwer. Aber wir haben viel erreicht in der Zeit und das kann auch wieder aufwärts gehen. Die Frage ist, wie kriegt man es hin? Ich sage, das Wichtigste ist, wir müssen eine Initiative ergreifen. Und das deutet sich jetzt auch an bei dem, was da verhandelt wird. Es gab in dem Sondierungsprotokoll eine Passage ganz zum Schluss über Arbeitsweise des Parlaments. Darüber ist interessanterweise gar nicht gesprochen worden. Da steht der interessante Satz. Der Bundestag, das Parlament muss die Stelle sein, an der in entscheidender Weise die gesellschaftspolitische und politische Debatte im Lande geführt wird. Das ist meine Hoffnung, dass man die Debatte da führt. Und zwar nicht nur über Gesetze in ihrer Raffinesse der einzelnen Artikel, sondern die großen Probleme, die die Menschen interessieren. Wie können wir als Demokratie, wie können wir als Deutschland, wie können wir als Europa eigentlich in dieser Situation bestehen? Wie kann ich als junger Mensch einen Arbeitsplatz finden? Was ist mein Job? Was ist im Alter? Das muss diskutiert werden und zwar so, dass die Menschen verstehen können, in welchen Zusammenhängen wir uns eigentlich bewegen. Da wächst auch Vertrauen. Transparenz bringt Vertrauen. Intransparenz macht die Menschen unsicher und lässt sich Verschwörern nachlaufen und irgendwelchen Spöken kickern. Sondern wir müssen eine offene Debatte führen. Das muss der Bundestag wieder intensiver tun. Mit ihm zusammen auch die politischen Parteien. Ich setze vor allen Dingen auf den Bundestag. Das heißt aber immer wieder ringen darum, dass man Lösungen findet. Das hört sich genauso an, wie Sie denjenigen beschreiben, den Sie als Lieblingsfigur ansehen, nämlich Sisyphus. Immer wieder ran, immer wieder versuchen, das Beste draus zu machen. Warum ist denn diese Einstellung möglicherweise verloren gegangen? Haben wir durch diese Individualisierung, von der ich gesprochen habe, durch dieses Gefühl, auch uns geht es eigentlich ganz gut, nur wir verstehen die Probleme nicht mehr, keinen Anspruch mehr, Probleme zu lösen beim Einzelnen? Ich will ja nicht so hart sein. Ich weiß auch nicht mit der Individualisierung, ob das so stimmt. Ich glaube, dass das natürlich auch seine gute Seiten hat. Richtig ist aber, dass nach der Einheit, oder anders als das kommunistische Weltsystem einbrach, Anfang der 90er Jahre, dass wir da in den 90er Jahren eigentlich im Liegestuhl gelegen haben. Ich sage das gar nicht gegen die CDU, die damals regierte, sondern das waren wir alle. Wir haben gesagt, wir haben gewonnen, der Westen hat gewonnen, die soziale Marktwirtschaft hat gewonnen, es bleibt Frieden, es gibt keinen Krieg, das wird alles ganz schön, bis wir merkten, das ist alles nicht so einfach. Das Ganze ist nicht zu Ende. Wir werden noch zu streiten haben, in ganz anderer Weise, als wir es damals getan haben. Und das haben wir mühsam gelernt in den letzten 10, 15 Jahren, was da für Herausforderungen kommen. Und sehen auch, wie nebenan in anderen Ländern ein neuer Autokratismus entsteht, autokratische Formen von Demokratie, weil man plötzlich das eigene Fell retten will und nicht mehr an die anderen denkt und in wirklichen Dummheit nicht begreift, dass man nur gemeinsam stark sein kann und dass keiner stärker wird, der sich isoliert. Aber das hört sich schon wieder so an wie das, was Sie aus den Grundsätzen auch der Religion beziehen. Also diese Solidarität, diese Grundsätze, die einer Religion eigen sind, nämlich auch eine Barmherzigkeit, ein sich kümmern um andere. Wie wichtig ist denn für Sie, Sie haben ja gesagt, Sie haben ein bisschen Glauben verloren, aber wie wichtig ist dann dieses Fundament der Religion für Sie? Da muss ich hier gar nicht jetzt über Religion sprechen, sondern es geht um die Grundsätze von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und der Staat muss den Menschen die individuelle Freiheit geben. Das ist die Grundlage, Demokratie ist eine Lebensform, ist eine Lebensform, nicht nur eine Staatsform. Und der Staat muss für Gerechtigkeit sorgen, war bitteschön auf möglichst gutem Niveau. Dazu braucht er eine erfolgreiche Wirtschaft. Die Solidarität aber, die dritte große Tugend, die kann der Staat nicht erzwingen. Das ist die Frage, wie die Menschen miteinander umgehen. Ob wir uns umeinander kümmern, ob wir einsehen, dass wir unterschiedlich stark sind und dass wir trotzdem alle menschliche Rechte haben, ob wir uns besonders um die kümmern, die im Moment besonders schlecht dran sind. Und da habe ich eben in meinem Leben, ich habe das Kriegsende erlebt, alles, was danach kam, na, da war es schwerer als heute. Und da hat man erlebt, wie man sich helfen musste. Wir hatten sechs Quadratmeter Wohnfläche, das war die Zeit, 45 folgende. Und es ist auch heute im Land unglaublich viel an Hilfsbereitschaft da. Wir haben 22 Millionen Ehrenamtler tätig, zivilgesellschaftlich engagierte Männer und Frauen unterschiedlichen Alters, die auf die eine oder andere Weise sich für andere engagieren müssen. Das ist schon eine tolle Sache. Also ich finde, die Gesellschaft ist schon stark, nicht schwach. Und wir müssen dies auch von der Politik wieder stärker aufnehmen und die Debatte führen mit den Menschen. Die müssen Bescheid wissen können. Das war, als die SPD anfing vor 150 Jahren, ihr entscheidender Punkt. Und die haben gesagt, da war die Hälfte damals noch Analphabeten, 1850. Dann haben die Arbeit der Bildungsvereine gesagt, wir sollen euch mal sagen, wie das ist, damit ihr versteht, was da ist. Und dann muss man Konsequenzen daraus ziehen. Und dann kamen viele, die sagten, eigentlich ist das auch heute wieder so. Unser Mangel ist das Minus an politischer Bildung, an Nichtwissen über die Zusammenhänge, in denen wir sind, in Deutschland, in der Welt insgesamt. Und was man eigentlich tun kann, um trotzdem da menschlich und vernünftig und demokratisch rauszukommen. Und das ist die Aufgabe, in der wir sind. Und da muss die Politik den Mut haben, über den Tellerrand der Legislatur hinaus zu gucken und Debatten zu führen, die mit Nachhaltigkeit was zu tun haben, die auf 10, 20, 30 Jahre angesehen sind. Sind wir gerecht zu denen, die sich mit Dingen beschäftigen, für die sie sich auch persönlich einsetzen, wie Rente, Pflege? Sind wir gerecht mit denen, die dort zum Beispiel arbeiten? Na gut, da habe ich ja mit Freude gelesen, dass es in den Koalitionsverhandlungen, in den Akuten, es offensichtlich Einvernehmen gibt. Wir müssen da etwas tun. Wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Tätigkeit, die Pflegefachkraft, Männer und Frauen, meistens Frauen, dass die ordentlich bezahlt werden zum Beispiel, dass die ordentlich entlohnt werden. Das geschieht aber nicht. Ja, aber das haben die jetzt gerade besprochen und gesagt, wir wollen, da geht es dran. Und das ist auch ganz nötig. Menschen pflegen, Menschen helfen, wenn sie hier auf Hilfe angewiesen sind. Das ist mindestens so wertvoll, wie Schrauben in Autos drehen. Das tut mir leid. Und da wirkt noch ein anderes Problem da rein. Wenn so viele Männer im Pflegefachbereich tätig wären wie Frauen, wären die Löhne längst höher. Wir hätten das gemacht. Das ist eine Benachteiligung der Frauen da bei den Kitas und bei den Grundschulen in gleicher Weise. Also was die da aushäkeln im Moment, da sind ein paar interessante Sachen drin. Gute Schritte. Das ist noch nicht alles, was man braucht, aber gute Schritte. Und ich hoffe, dass man das bald realisieren kann. Aber wirtschaftlich ging es uns noch nie so gut wie jetzt. Und trotzdem vernachlässigen wir genau diese Bereiche, in denen es um Solidarität, um Gerechtigkeit, um Mitmenschlichkeit geht. Wie kommt das? Auch weil das ein bisschen statisch gedacht ist, wenn man sagt, es geht uns allen gut. Erstens, es ist sehr unterschiedlich. Und zweitens, die Dinge verändern sich. Das Ganze hat natürlich zu tun damit, dass in der demografischen Entwicklung viel mehr Menschen alt werden. Die Lebenserwartung steigt. Dass auch viele in das Alter kommen. Und dass die Zahl der Pflegebedürftigen natürlich drastisch steigt. Und dass unten die Jahrgänge, die nachkommen, deutlich geringer sind. Haben Sie denn selber persönlich das erst so begriffen in einem gewissen Alter? Oder wenn Sie konfrontiert waren mit so etwas? Na, jedenfalls sind wir ja auch schon 20 Jahre und länger dabei, das zu organisieren. Wir haben 1995 die Pflegeversicherung eingeführt. Das gab es vorher gar nicht. Da war das das Risiko geht des Einzelnen. Blüben war Bundesminister. Ich war also in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir die Pflegeversicherung begonnen. Wir haben sie inzwischen verbessert. Wir haben sie verstärkt. Und jetzt setzen die einen drauf und sagen, wir müssen da noch mehr tun dafür. Das ist auch ganz wichtig. Vor allen Dingen müssen wir den Familien helfen, die zu Hause pflegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da letztlich so etwas macht, wie bei Kindererziehungszeiten, auch Pflegehilfezeiten zu Hause anrechnet. Damit einer, der das macht, dann auch wirklich da etwas für bekommt, was sich auch niederschlägt in seiner Rente. Dann sind das ja sehr oft die Frauen, die davon betroffen sind. Wenn Sie selber Ihre Grundsätze, die Sie viele Jahrzehnte verfolgt haben, mal reflektieren, sind das eher Grundsätze einer Religion oder sind das eher Grundsätze, die Sie sozusagen selber aus Ihrem Erleben gebildet haben? Sie sind ja jemand, der Camus und Sartre gelesen hat, wie ich festgestellt habe, also eher dem Existenzialismus nahe sind. Ist das so? Ja, das ist so. Das hat mich geprägt. Und es hat vielleicht jeder Mensch, einige wenige, die einem besonders viel wert sind. Und das ist Camus ganz vorne an bei mir dabei. Aber es ist das Erleben im Leben selbst, was mich geprägt hat. Ich glaube, dass man schon geprägt ist als Kind, als Jugendlicher von dem, was man selbst erlebt hat mit seinen Eltern. Und da bin ich denen ewig dankbar für, meiner Mutter ganz besonders. Aber dann muss man sein eigenes Leben leben. Und ich habe irgendwann erkannt, dass man nicht nur einen guten Willen haben muss, sondern dass man etwas tun muss. Also passiert nichts Gutes, außer mit Tutes. Kästner, richtig, in Rheinkultur, ganz simpel ist das. Wir werden nicht gerechtfertigt sein durch unsere Träume, durch unsere großen Ziele, sondern wir werden letztlich gerechtfertigt sein durch die Schritte, die wir gegangen sind. Und das muss man immer denken, auch in einer Politik wie jetzt. Es kommt nicht darauf an, was ich mir vorstelle, was im Jahr 2050 auf der Welt schön sein soll, sondern wie ich in den drei, vier Jahren, in denen ich jetzt mitregieren kann, in Deutschland sagen kann, das mache ich. Das mache ich. Und da darf man nicht übermütig sein, da sieht man auch seine Grenzen, man macht auch Fehler dabei. Aber insgesamt ist die Bereitschaft, sich zu engagieren, die Zuversicht in die Gestaltbarkeit der Dinge. Das ist der entscheidende Punkt, die Zuversicht in die Gestaltbarkeit der Dinge. Da hat auch der Marx sich geirrt. Viele große Philosophen haben gemacht, das ist eine Naturgesetzlichkeit, wie die Dinge sich entwickeln werden. Das ist nicht so. Immer gilt, wenn, dann. Das gilt auch für unser Land. Wenn wir nichts machen, dann ist es nicht gut, dann wird es schlechter. Aber wenn wir was tun, zum Beispiel bei der Pflege oder bei anderen Bereichen, dann wird es auch besser. Wir haben eine Chance. Aber ist das eine Einstellung, die aus dem Elternhaus kommt oder aus dem persönlichen Erleben Ihres Lebenswegs? Weiß ich gar nicht. Ich kann nicht so genau abmessen. Das weiß ich nicht. Sind so Dinge wie Gerechtigkeit, Solidarität Dinge, die Sie aus dem Elternhaus mitgenommen haben? Solidarität ganz sicher, ja. Meine Mutter war eine gute Katholikin im Gegensatz zu mir. Da kommt das her, mit der Verlegung. Sie sagte, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei im größten, aber ist die Liebe. Das kennen Sie. Und das ist ein Spruch, unabhängig, ob man es glaubt oder nicht, der ewig richtig bleibt. Aber man kann das auch bei Camus nachlesen, wo er sagt, so meine Rechtfertigung ist oder nicht Rechtfertigung entsteht da, wo ich mich nicht eingesetzt habe für den anderen, wo ich mich nicht gekümmert habe. Das ist ein Buch über die Pest und solche Dinge bezeugen alle diese Herangehensweise, sich um den anderen kümmern können und kümmern müssen. Also die Solidarität haben aber auch Menschen, die an nichts glauben. Das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern das ist etwas, was einem, ja, Zuwächs oder für das man selbst auch arbeiten muss. Hans Müntefering, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank. Vielen Dank.